Hi, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Heute am 5.11.22, was auch gleich bedeutend mein, ich mag es gar nicht aussprechen, 28. Geburtstag ist. Ich bin heute 28 geworden und ich dachte mir, da ich letztes Jahr auch genau an diesem Tag, an meinem Geburtstag, auch ein Infovideo gemacht habe, mache ich es jetzt auch einfach mal, vielleicht wird da ja eine Tradition draus in Zukunft und ja, ich wollte einfach nur ein bisschen mit euch labern, es ist jetzt nichts, nichts Wildes irgendwie, was ich mit euch besprechen möchte, aber ja, so ein paar Kleinigkeiten gibt es. Zuerst einmal möchte ich natürlich nochmal sagen, dass ich unfassbar froh darüber bin, dass ich wieder Videos mache. Ich war ja ungefähr 80 Tage raus und jetzt mache ich seit ein paar Tagen wieder Videos. Ihr habt es gemerkt, es kam ein bisschen mehr als normalerweise, aber das war so die Anfangswelle. Ich wollte ein bisschen die alten Videos hochladen, dass ich die eben dann auch endlich online stelle, weil ich die ja schon, ich hatte die halt schon monatelang auf der Festplatte, deswegen wollte ich unbedingt, dass die, dass die halt, ja, dass die halt endlich online sind. Das habe ich gemacht und dann kamen auch so noch neue Folgen, auch relativ viele, aber das wird nicht die Norm sein, also jetzt in den letzten Tagen kamen auch schon weniger Videos, was aber auch damit zu tun hatte, dass ich aktuell mit GTA 4 so ein bisschen Probleme habe mit der 14. Folge, die ist halt asynchron und ich versuche schon seit Stunden, also ich saß da jetzt bestimmt schon 5 Stunden dran, das irgendwie zu fixen und eigentlich müsste man sagen, gut, das ist eh nur eine Grinding-Folge, scheiß drauf, lade die einfach so hoch, aber irgendwie will ich das dann nicht so verkümmern lassen. Und ich habe jetzt nochmal eine letzte Sache ausprobiert, werde ich mir gleich mal anschauen, ob das funktioniert hat. Ich hoffe und wenn nicht, dann muss ich die asynchron hochladen. Würde mir nicht so gefallen, aber das ist dann halt einfach so, kann ich dann auch nicht ändern. Ansonsten, ja, will ich jetzt erstmal die beiden Projekte zu Ende bringen und dann würde erst was Neues kommen. Danach würde ich dann gerne, das ist jetzt keine Ankündigung, wenn ich meine Meinung nicht ändere, wird das aber so kommen. Also es ist keine Garantie, aber ich kann mir vorstellen, dass es so kommt. Ich würde gerne Harry Potter und der Orden, nicht der Orden, den hatten wir schon, und den Halbblutprinzen machen, das würde ich ganz gerne machen. Ich habe mir ja vor ewiger Zeit auch die PS3-Version geholt, da möchte ich die Platin-Trophäe dann mit euch zusammenholen. Bei dem Orden des Phönix ging es ja noch nicht, das war ja, hat er auf der, ja, gab es glaube ich auf der PS3, soweit ich weiß, aber da gibt es keine, keine Trophäen. Und deswegen würde ich das gerne jetzt mal mit dem Halbblutprinzen zusammen mit euch machen. Hatte ich auch schon ewig vor, wenn ich keine Pause gemacht hätte, dann wäre das Projekt vielleicht auch schon abgeschlossen. Sei es drum, kann ich jetzt nicht ändern. Auf jeden Fall ist das etwas, was ich mir vorstellen kann, was ich machen möchte. Ansonsten würde ich gerne irgendwann nach Möglichkeit GTA 3 in der Definitive Edition nochmal bringen. Das heißt ja nochmal zum ersten Mal bringen, aber halt nochmal GTA 3 bringen. Weil das halt jetzt auch nicht so den Mega-Umfang hat, auch nicht auf 100% und ich habe ja damals keine Ahnung, wie viel, wie viel Folgen habe ich benötigt für mein, für mein normales Let's Play. Ich kann eigentlich mal nachgucken, gerade mal. Schadet ja nicht. Äh, so, das machen wir jetzt eben mal hier so, total professionell, einfach so hier mitten in der Aufnahme. Man hätte sich ja auch mal vorbereiten können, aber ich habe mir echt keine, keine Notizen oder ähnliches gemacht. Gar nichts. Also, das ist alles freie Schnauze, was ich hier, was ich hier gerade erzähle. Und, ja, ich wollte noch ein kurzes Infovideo machen, so wie an meinem Geburtstag. Wie gesagt, vielleicht wird eine Tradition draus, vielleicht mache ich das nächstes Jahr nochmal. Mal gucken. Ist ja eigentlich ganz lustig, sofern ich immer irgendwas, irgendwelche Themen habe, weil wenn ich, wenn mein einziges Thema ist, ey Leute, ich habe Geburtstag, schreibt alle herzlichen Geburtstunden in die Kommentare, dann mache ich das nicht. Also, es muss halt irgendwie auch einen Anlass geben. Und den gibt es halt gerade, deswegen. So, schauen wir doch mal GTA 3. Was haben wir denn hier? Wo ist denn meine GTA 3 Playlist? Wie viele Videos habe ich da reingepackt? Ich habe irgendwie 54 schwirrt mir im Kopf oder so. Ich kann aber auch total daneben liegen jetzt. Na, wo ist es denn? Äh, GTA 3, äh, ich liege ein bisschen daneben, glaube ich. Es sind 57 Folgen, aber ganz viele Folgen waren auch einfach nur so 13 Minuten lang. Ich sehe hier 18 Minuten, 16, 13, 15, 17, 21, 11, 14. Das heißt, wenn ich konsequent, das hatte ich ja bei meinem Vice City Definitive Edition Let's Play auch schon festgestellt. Wenn ich das wirklich jetzt, äh, wirklich mal, äh, auf 30 Minuten Folgen dann auch trimme, dann, keine Ahnung, dann sind wir innerhalb von, dann würde ich mal schätzen, schätzungsweise 40 Parts ungefähr, vielleicht, sogar weniger, 30 bis 40, je nachdem, wie gut ich durchkomme. Und das ist ja mehr als machbar und deswegen, das kann man eigentlich auch gut und gerne mal machen. Und da würde ich dann auch die Platin-Trophäe gerne mal holen. Und ansonsten ist das Jahr ja auch schon bald rum. Also, leider fast. Das ist ein bisschen blöd mit der Pause, weil ich hatte eigentlich so viele Pläne und dann, äh, naja, kam alles anders. Aber egal, dann, dann werde ich im nächsten Jahr wieder neu angreifen. Und im nächsten Jahr dann, keine Ahnung, also GTA 4, äh, würde ich gerne, äh, dann bringen, wenn ich fertig bin mit meinem Online-Projekt. Und, ähm, also als Single-Player-Projekt. Also, ja, vorausgesetzt, ich bekomme alle Online-Trophäen, sagen wir es nur so, dann wird auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwann wahrscheinlich ein GTA 4 Single-Player-Projekt kommen. Vielleicht. Ich will es nicht ankündigen, ich will jetzt nur, ich will nur sagen, dass es möglich ist, dass ich das mache. Weil, wenn ich mich jetzt wieder so festlege, dann werden mir wieder Leute schreiben, wann kommt denn dieses und jenes Projekt. Du hast es doch gesagt, dass du es machen willst. Leute, das sind alles keine Ankündigungen, das sind einfach nur Ideen, die mir hier oben in meiner Birne herumschwirren. Also, da, dass du, na, 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 damit ihr Bescheid wisst. Es ist nichts Verbindliches. Es ist einfach nur jetzt das, was mir gerade im Kopf herumschwirrt. einfach in Worte ausgedrückt. So, dann hätten wir das. Dann möchte ich nach meinem GTA, also, wenn ich dann Harry Potter bringen sollte, nach den beiden Projekten, dann möchte ich nach dem, genau, dann möchte ich danach auch noch ein kleines Nebenprojekt starten, beziehungsweise es ist ein Projekt, was ich damals schon aufgenommen habe. Das ist schon sehr, sehr alt mittlerweile. Es ist schon fast ein Jahr alt. Und zwar habe ich damals, einige haben es von euch vielleicht mitbekommen. Ich kann es jetzt auch mal endlich mal sagen. Es ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich will auch, dass ihr das wisst, weil sonst werdet ihr sehr verwundert sein, wenn es dann auf einmal losgeht. Ich habe damals, kurz bevor bei GTA Online auf der Playstation 3 die Server abgestellt wurden, habe ich noch ein paar Folgen aufgenommen und so ein bisschen mir GTA Online angeguckt und so ein bisschen Blödsinn dort gemacht und, beziehungsweise Blödsinn ist auch nicht richtig. Ich habe schon das gemacht, was man machen kann. Also, ich habe jetzt nicht Gegner abgeschossen oder sowas aus Spaß, sondern ich habe wirklich Missionen gemacht und ich habe gelevelt, ich habe Missionen, alles Mögliche gemacht. Also, einfach ein bisschen GTA Online kennengelernt zum ersten Mal. Und das habe ich halt vor ungefähr einem Jahr aufgenommen. Ich meine, die müssen auch ungefähr ein Jahr alt sein mittlerweile, die Aufnahmen, weil die wurden ja im Mitte Dezember letzten Jahres wurden die Server abgestellt und ich hatte eigentlich immer vor, dieses Projekt irgendwann mal zu releasen, irgendwann mal hochzuladen, aber dann verging Monat um Monat und es kam immer irgendwas dazwischen. Und so ist es jetzt, dass das seit fast einem Jahr auf meiner Festplatte liegt, das Projekt. Und das würde ich euch gerne, ja, langsam mal zeigen. Nur damit ihr Bescheid wisst, die Folgen sind halt fast ein Jahr alt, es ist ein uraltes Projekt, aber es ist halt eine coole Zeit gewesen, da ein bisschen rumzuspielen, noch in GTA Online auf der PS3. Die letzten Momente habe ich noch aufgenommen. Ich meine, das ist das Ursprungs-GTA Online auf der PS3 und da habe ich halt so ein bisschen Spaß gehabt und ja, vielleicht ist das ja was für euch, das ist so dann halt mein GTA-Projekt, wenn ich keine GTA-Projekte habe. Also ich kann dann quasi andere Spiele spielen und es kann trotzdem noch GTA kommen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, auch für euch, für euch GTA-Leute, die jetzt nur GTA bei mir sehen wollen. Das möchte ich auf jeden Fall demnächst dann auch mal fertig machen, hochladen. Es sind ein paar Folgen geworden, wie viele es sind, das werde ich nicht verraten, aber ja, lasst euch einfach überraschen. Erwartet aber auch nicht so viel. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich GTA Online spiele und ja, ich habe mich da so ein bisschen ausprobiert und habe da Dinge gelernt. Man kann ja auch noch nicht so viel machen, wie auf der PS4 oder PS5, wie ich gehört habe. Da gibt es ja so viele Dinge, die nicht mit drin sind, zum Beispiel das Casino oder sowas. Das ist ja gar nicht mit drin auf der PS3. Aber trotzdem, für mich war es cool, weil es das erste Mal war, dass ich das gespielt habe und ja, wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Ich weiß aber nicht, wann es losgeht. Ich möchte nur euch schon mal informieren, dass es dieses Projekt gibt und dass ihr nicht verwundert sein sollt, wenn es dann kommt. Ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts weiter zu erzählen. Ich werde jetzt heute mal wieder mit meiner Mutter zum Griechen fahren. Nachher. So um 17 Uhr. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr mit ihr auch gemacht. Machen wir dieses Jahr auch nochmal. Ja. Letztes Jahr hat sie bezahlt, dieses Jahr bezahle ich. Also, ja, ist ganz, dann sind wir wie der Quid, so gesehen. Und, äh, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Jetzt werde ich gleich der Pate aufnehmen. Ich würde gerne an diesem Wochenende vielleicht sogar das Projekt komplett aufnehmen. Es wäre schön. Und, äh, ja. Dann GTA 4 beenden und alles hochladen. Und dann gucken wir mal weiter. Also, ich hoffe, ihr seid dann weiterhin am Start. Wenn nicht, dann bin ich selber schuld, wenn ich so lange keine Videos mache, dass die Leute langsam keine Lust mehr haben. Ähm, aber ist auch nicht schlimm. Also, jeder, der zugucken möchte, guckt zu. Und wenn man nicht mehr zugucken möchte, das ist ja auch völlig okay, wenn man zum Beispiel sagt, ey, ich habe deine Videos früher geguckt, aber mittlerweile, ich habe einfach andere Interessen entwickelt. Ich habe andere YouTuber kennengelernt, die ich besser finde. Ist ja auch vollkommen okay. Also, man kann ja machen, was man möchte. Alles in Ordnung. Ansonsten, ja, äh, ist gerade 12.12 Uhr. Nur mal so zur Info, um das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen. Ich glaube, mein damaliges Infovideo, also genau vor einem Jahr, habe ich gemacht, habe ich gemacht, ähm, ähm, relativ früh. Also, da bin ich, glaube ich, richtig früh aufgestanden, um 5 oder so. Und dann habe ich, bin ich unter die Dusche gesprungen und habe einfach dieses Infovideo gemacht. Da gab es damals aber auch ein paar Sachen. Also, was anderes, außer meinen Geburtstag, abgesehen von meinem Geburtstag, wollte ich sagen. Jo. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Äh, nur eigentlich nicht. Nochmal, vielleicht nochmal alles Gute zu, an meine Oma, die leider nicht mehr da ist. Die hatte auch am 5.11. Geburtstag. relativ lustige Story eigentlich, kann ich euch ja auch mal erzählen. Jetzt so, passt eigentlich thematisch ganz gut hier, in mein Geburtstagsvideo. Ähm, also die Mutter meiner Mutter, meine Oma, ähm, wollte damals einfach, ähm, zu, zu meiner Mutter fahren. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat gelebt, meine Oma hat gelebt in Sachsen-Anhalt und, ich habe mit meiner Mutter, meinem Vater, in Schleswig-Holstein gelebt und, sie wollte meine Eltern besuchen, meine Oma und, äh, am 5.11. zu ihrem Geburtstag, sie wollten, sie wollte eigentlich nur ihren Geburtstag dort feiern, weil, also, meine Mutter habe ich da nicht gefragt, aber ich denke mal, sie war ja hochschwanger mit mir und, ähm, deswegen konnte sie halt nicht zu meiner Oma reisen, deswegen hat meine Oma wahrscheinlich gesagt, ey, dann fahre ich halt zu dir und, ähm, ja, dann kam es halt so, dass ich da geboren wurde. Ja, das ist auch eine lustige Story eigentlich und so hatten wir am selben Tag Geburtstag und eigentlich hatte ich sie jetzt immer angerufen und immer Bescheid gesagt, äh, nicht Bescheid gesagt, immer auch gratuliert und sie mir auch, aber sie ist schon seit über 10 Jahren nicht mehr da. Wäre heute 71 geworden, also für eine Oma ist das kein Alter, wenn man mal überlegt, dass ich heute 28 geworden bin und sie jetzt 71 wäre, ist kein wirkliches Alter, aber, wie gesagt, schon vor über 10 Jahren leider gestorben, aber, ja, wollte ich nur mal sagen, ist eigentlich eine lustige Geschichte, irgendwie cool, wenn man sich so überlegt, du willst eigentlich deinen eigenen Geburtstag feiern und dann, kriegst du einfach ein Enkelgeschenk, das ist eigentlich auch ein cooles Geschenk, würde ich mal sagen, auch wenn ich selber keine Kinder haben möchte, aber, ich stelle mir das ganz cool vor, also, es ist schon eine Überraschung gewesen, denke ich mal, dass es genau an dem Tag passiert ist, ja, aber ansonsten gibt es eigentlich soweit nichts zu erzählen, würde ich sagen, also ich habe jetzt auch genug gelabert, das ist jetzt auch 13 Minuten, ich will das auch nicht zu lang werden lassen, sollte der Upload so nicht so lange dauern und es soll ja auch heute online kommen, also das wäre halt blöd, wenn es jetzt erst am 6. kommen würde oder so, also, nö, gibt es noch irgendwas, bevor ich es wieder, mir, wahrscheinlich fallen mir wieder 10 Dinge ein, wenn ich hier auf Aufnahmen stoppen drücke, aber dann ist es so, dann muss ich mir das aufheben für ein zukünftiges Infovideo, und wenn ich hier jetzt gerade nicht in die Kamera gucke, dann gucke ich eben auf meine Vorschau, nicht wundern, wohin ich da gucke, ich kann natürlich auch die ganze Zeit so in die Webcam gucken, aber die Webcam ist mehr so platziert für, für, für Spielaufnahmen, deswegen, die ist nicht dafür so gedacht, die Position, dass man da, dass man da wirklich konstant reinguckt, so, ne, eher so, na gut, krass, 28 Jahre, noch 2 Jahre, Leute, dann habe ich eine 3 da vorne, aber ich werde die Zeit genießen, die letzten 2 Jahre, die mir noch bleiben, ohne die 3 vorne dran, und selbst wenn man sie erreicht, das ist jetzt auch, ich, ich habe schon gehört, einige haben Angst davor, aber so wirklich was ändern, tut sich ja auch nicht, also, ist halt eine neue Zahl vorne dran, aber, ja, so viel ändert sich da halt auch nicht, ja, ich glaube, das war's, also, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch bei den zukünftigen Videos, wenn ihr Bock habt, und vielen Dank fürs Zusehen, und dann bis zum nächsten Mal, bye bye. beim nächsten Mal, Vielen Dank.